Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play, The Amazing Spider-Man 2 Mobile. Ihr seht schon, der Kampf gegen Kraven und Hammerhead war sehr, sehr gut für uns, ist gut ausgegangen. Aber Menken, Menken versucht zu fliehen. Nicht mit uns. Not over. It is on hiatus. Until next time, Spider. I hate letting them go, but I have to find Menken before he escapes again. No skates. I need to wash this costume later. Being a hero... Ein paar Sekunden haben wir noch. Hi Menken. Ach komm, warum ist denn er jetzt denn? Komm! Um... Um... Food. It's gonna be your birthday dinner for the... Ah! Oh, wonder what new comics come out this week. Weapon stealing, reckless driving, and a crime against fashion with this suit. Der grüne Goblin. Wie? No. Jetzt ist Menken doch entkommen. Verdammte Axt. Wer hätte damit rechnen können? Dann schnappen wir uns mal schnell gleich die nächste Mission hier. Bevor uns die auch noch entkommt. Das wollen wir ja nicht. Ein sehr stürmischer Anfang für die Folge, will ich mal sagen. Gleich mit großen... Effekten hier. Und ein Auftritt des Goblins. Es ist zu viel in der Lage, um einen Freizeit zu nehmen. Oh! Mit Menken weg, habe ich keinen Weg zu zeigen, dass Oscorp hinter den neuen Weapons all over the city. Ja. Ich wundere, ob Eddie Brock etwas aufgerüstet hat, als er über Oscorp schlugte. Ich muss ihn finden und sehen, ob er sich helfen kann. Rückwärts, Webhead. Das ist das Polis-Business. So, Eddie Brock, wo bist du denn? Take a rest, so neither should I. Wer will hier schon eine Pause machen? Spider-Man? Direkt in der nächsten Folge werden wir nicht gleich am Anfang sagen, oh, wir machen jetzt ein Päuschen. So weit kommt es noch. Aber eher vermutlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Folge uns Eddie Brock stellen müssen. Eddie Brock als Venom. Aus den Comics ist das ja bekannt, aus den anderen Spider-Man-Spielen haben wir ihn auch schon öfters getroffen. Wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Officer, ist da nichts, was ich tun kann, um Hilfe zu helfen? Everybody ist okay, aber... The driver seemed pretty shaken up. She said something covered up a windshield. Some kind of black slime. Black slime? Yeah, but my guys can't find any of them. It's like a slithered way. Weird. Also direkt da ist doch der schwarze Schleim. Hm, wo könnte er sein? Meine Jungs haben überall danach gesucht, aber wir haben nichts gefunden. Hm, ganz merkwürdig. Was kann da passiert sein? Ich bin mir selber gerade nicht sicher. Hallo zusammen, was ist hier los? Wärmt ihr euch auf? Entschuldigung, Frau. Ihr lebt hier, oder? Wissen Sie etwas über Eddie Brock? Ich habe bereits gesagt, die Polizei. Ich habe nichts gesehen. Es ist okay. Du musst nicht Angst haben. Sie haben mir gesagt, wenn ich etwas gesagt habe, sie mich verletzt haben. Wenn du mir sagst, was du gesehen hast, dann kann ich die Leute, die dich verletzt haben. Und schau dir Eddie Brock. Bitte, mit mir. Ich habe ihn verletzt, dass er in der Branche von zwei Mitgliedern geöffnet wurde. Er war schäuert etwas über Oskorp. Wie alles, was er gefunden hat, war in der Branche. Dann haben sie ihn weggebracht. Vielen Dank. Du hast vielleicht nur seine Leben erlangen. Alles, was er hatte, ist im Müll gelandet? Hm. Dann wollen wir nochmal gucken. Entschuldigung, Frau. Ich versuche, Eddie Brock zu finden. Hast du ihn gesehen? Nicht seit Tagen. Er arbeitet an einer großen Geschichte. Er hat alle Stunden gehalten. So, so. Wieder einen neuen Hinweis entdeckt. Wir müssen weitersuchen. Hey, Lady, haben Sie irgendwas gesehen wegen Eddie Brock? Spider-Man. Spider-Man, bist du bereit für eine Reise? Ich habe ein paar Modifikationen für den Glider. Ich sage dir was, ich werde deinen Glider wieder verletzen, wenn du mir erzählst, welcher Gang macht die Aus-Corp. Entschuldigung, Aus-Corp würde nicht glauben, dass die Gang mit nichts verletzt hat. Und aber irgendwie, die Technik von deinen Laben ist in der Hand von Hoods all über die Stadt. Und ein Manns Leben ist in danger, weil er herausfordert, warum. Ich brauche dich, um mich zu retten. Wenn du das gemacht hast, dann helfe. Oh, wo ist denn jetzt? Dann war das Bild weg. So, die hat uns auch wieder Hinweise gegeben. Hey, fellow citizen. How are you? Moment, sind alle Nebenmissionen solche Hinweismissionen. Wäre schon blöd, wenn ich die jetzt überspringe. Ist ja Story und so, ne? Du wirst schon Bescheid. Da steht wieder jemand. An der hinter der Bushaltestelle. Hey, bist du nicht eine Freundin von Eddie Brock? Entschuldigung, du lebst neben Eddie Brock, oder? Eddie? Ich bin seine Freundin. Wissen Sie, was mit ihm passiert? Nicht noch. Ich hatte es mir gedacht, dass du mir helfen kannst. Ich habe zu Eddie ein paar Stunden vorhin gesprochen. Geil ist ja auch dieser Fotobomber da im Hintergrund, der immer kommt und winkt. Do you know, what he did next? Er sagte, er würde seinen Editor treffen, aber ich glaube nicht, dass er es nie geschafft hat. Bitte, bitte, Spider-Man. Du musst ihn finden. Spider-Man versucht es. Spider-Man versucht es. Da sind wir ganz schön beschäftigt, hier durch die Stadt zu schwingen und die ganzen Nebenmissionen immer abzuklappern. Vor allem, wenn die jetzt so relativ wenig Prozente geben, damit man weiterkommt. Und sie heilen mich auch nicht mehr. Also das war sonst immer so, wenn ich irgendwelche Nebenmissionen gemacht habe. Die haben mich immer noch geheilt, aber diesmal irgendwie... Oh, was ist jetzt? Ich will da jetzt nichts kaufen hier. Ach, das ist wieder die Racern-Mission gewesen. Wollen wir jetzt kein Rennen machen? Story, Leute. Wir wollen die Story weiter erleben. Deswegen sind wir hier. Wenn ihr euch schon eine eigene Story für Amazing Spider-Man 2 Mobile ausgedacht habt, müssen wir die doch auch erleben. So, da unten sind die nächsten. Freunde von Eddie Brock. Ja, wir müssen die Teilboxen sehen. Ja. Ich bin der Kivelle im Bereich. Ich habe die Bibel der Kive. Er hat gesagt, dass er mich sofort hacerholt haben. Er hat mir so vertrag, dass ich sie zurückgelebt habe, Lisa, nach mir herausbekommen? Aber wenn sie jetzt in der Apartment zu sein, dann nicht da war. Er hat gesagt, was er zu sprechen? Nein, er hat nicht gesagt, was er zu sprechen. Hm. Ich sehe davon, wollte er es nicht verraten. Dann müssen wir noch weitersuchen. Eventuell finden wir heraus, was mit Eddie Brock passiert ist. Oh, Black Cat ist wieder da. Schlechte Nachrichtenspinne. Mitglieder der Magia Gang versuchen Aufstände in der Stadt anzuzetteln. Ich weiß nicht, was hier eigentlich das Ziel ist. Aber irgendjemand muss sich darum kümmern, bevor es sich auf die ganze Stadt ausbreitet. Schnapp sie dir. Oh, elf Minuten Zeit. Ich habe noch nie elf Minuten Zeit für eine Mission gehabt. Was ist das? Muss ich durch die ganze Stadt oder was? Einmal komplett unten rum. Sogar in einem Gebiet, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Hm, interesting. Jetzt weiß ich auch, warum man da elf Minuten Zeit hat. So, da sind schon die ersten Jungs hier. Ja, Spider-Man. Und der take lieber euch aus, ey. Take that out, würde ich mal sagen, ey. Zack, zack hier. Be your face. Gangster Boy. Kannst gleich liegen bleiben. Aber alle mit Messern bewachen, ne? Gerade die mit den Messern sind ja die gefährlichsten, ne? Oh, I get it. You're not trying. Weil die halt zweimal zuschneiden. Das war Nummer eins. Mal schnell. Wir haben 15.000 Punkte. Das mache ich einfach mal live mit euch jetzt in der Aufnahme. Ich möchte nämlich hier oben in diesem Bereich weiterkommen. Beide Gesundheitspunkte werden erhöht. So, da brauche ich 6.000 Punkte dafür. Und da 7.500. Oh Mann. Das ist dann noch eine ganze Menge, die ich dafür brauche. Wenn es jetzt zwischen den Missionen gar nicht aufgefüllt wird, das Leben, muss ich wahrscheinlich gleich nochmal so ein Serum schlucken. Ja, schon ist das ganze Serum wieder aufgebraucht. Gut gemacht, Mr. Mark. Sehr gut. Vielleicht sollte ich irgendwie ein bisschen was in die Schnittfestigkeit meiner Rüstung strecken und nicht immer alles irgendwie inspüren. Komm schon. Ach, warum denn? Ich habe da draufgedrückt. Er war halt gerade noch in der Animation für was anderes. Da kann er das jetzt nicht alles auf einmal machen. Na, wo ist denn der andere? Da. So. Dann schauen wir gleich nochmal rein. Hier. 1.500. Geringfügige Erhöhung von Spideys Angriffen gegen bewaffnete Feinde. Ne, das will ich nicht. Ich will wissen, was das ist. Eine mittelmäßige Erhöhung von Spideys Verteilung gegen Unbewaffnete. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich da ein bisschen noch was mache. Dann auch ein bisschen mehr in Rüstung investiere. Ihr seht schon meine Lebenspunkte, die gehen im Moment ganz schön zur Neige. Also das ist jetzt gerade nicht so wahnsinnig schön. Da darf ich gleich schon wieder ein Serum schlucken. Ja, die haben schon... Die wollten jetzt schon den Schwierigkeitsgrad hier wahrscheinlich anheben. Wollen wir mal gucken. Auf die... Nein! Oh, ich muss jetzt eins nehmen, sonst bin ich gleich tot. Ich habe ja noch viermal Serum. Also ein bisschen hält das noch. Oh, es waren noch drei Serum. Die ganze Zeit habe ich es nicht gebraucht, ey. Wie viel das Kapitel sind wir jetzt? Kapitel 5? Kapitel 5 und ich brauche das erste Mal wirklich das Serum. Hm. Ey, so wirklich viele Punkte gibt die Mission aber auch nicht, ne? So. Oh, ich habe das sogar draufgedrückt. Und warum wurde der denn grau? Der hatte da auch die Streifen über dem Kopf. Warum der jetzt geklappt hat, der Konter, weiß ich auch nicht. So, Kollege. Tschüss. Nein, das ist ja nett. Die Stadt braucht mich. Und Spider-Man braucht die Stadt. New York kann nicht ohne Spider-Man und Spider-Man kann nicht ohne New York. So ist das, wenn man eine Stadt liebt. Und die Menschen, die in ihr leben. Retten wir noch den Officer. Schnell sollte ich vielleicht noch einem Donut-Shop vorbeischwingen oder so? Wäre vielleicht die bessere Wahl. Nee, wir setzen ihn lieber direkt neben den Krankenwagen ab. Da kommt bestimmt irgendwann mal jemand und nimmt ihn mit. Das klingt doch gut. Ja, die Unruhen habe ich beendet. Aber Eddie Brock habe ich immer noch nicht gefunden. Dann wollen wir uns da mal drum kümmern hier. Officer, was ist passiert? Ja, das war dann wohl wieder ein neuer Hinweis. Was ist da hinter diesem Gang-Word? Oh, mein Kollege ist es zufrieden. Wir haben nichts mit dir gemacht, warum kannst du uns nicht alleine machen? Wenn du mir über Eddie Brock erzählst, du nie wiederhörst mich. Bis zum nächsten Mal. Schau auf der Brightseite. Du kannst du noch 24 Stunden von Frivolity besuchen, bevor ich dich wieder besuchen. Brock? Der Büchner? Niemand sagt, wenn unsere Crew ihn verabschiedet hat, wir werden die Anwendung verabschieden. Es war nur Business. Dein Business wird dir in Intensiv-Care. Woher? Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, Mann, ich versuche. Der Typ hat ihn nur im Auto gehabt, und dann haben sie ihn in ein Parkplatz in der Stadt, wo jemand anderes kam und ihn woher nahm. Das ist alles, was ich habe, ehrlich gesagt. Was ist das? Wir werden dich zerstören. Aber vielleicht, wir werden dir einen Timmischstabau geben. Oh, hey Leute. Wollt ihr wissen, was das Ding war? Du siehst schienig. Ist das eine neue Trend? Es ist Zeit, jetzt zu resten. Oh oh, jetzt haben sie alles Venoms-Kämpfer hier. Das sind echt eine ganze Menge Leute hier. Einmal Serum. Ja. 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 Einmal Serum macht offensichtlich noch nicht genug Schaden. Das ist zu easy. Oh, ich verstehe. Kommt immer mehr? Ich fühlte, da kommen immer mehr. Ich fühlte, da kommen immer mehr. Kann er die nicht mal irgendwo festpinnen hier vielleicht? Woher kommen die denn alle her? Warum sind denn immer mehr? Nicht verarschen. Sonst sind da keiner rum. Es sind noch drei Stück auf einmal wieder. Okay. Da kommen schon wieder welche. Das ist ja der Kampf der Unendlichkeit hier. Ja, so schnell gebe ich aber nicht auf. Bei mir fallen gleich schon die Arme ab, ey. Zum Ganzen auf die Buttons hämmern hier, ey. Und es kommen noch mehr. Oh, so einen blonden Schwertkämpfer habe ich bisher noch nicht gesehen. Der zeigt vielleicht das Ende der Kämpferwelle an. Ja, schon gut. Oh, gut ausgewichen. So, denn da kommt keiner mehr. Nur noch der Blonde hier, ey. So Blondie, steh auf. Bin noch nicht fertig mit dir. Na, die Monster sind überall. 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 Was ist hier passiert? Wir wurden attackiert. Es ist ein kleines Slime-Monster. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich muss dich ins Krankenhaus bringen. Halt auf. Dann bringen wir den doch mal schnell irgendwo hin. Das nächstgelegene Krankenhaus. Ist nicht weit von hier. Wir sehen ihn schon. Halt durch. Halt auf. Wir sind gleich beim Krankenhaus. Halt durch. Wir sind gleich beim Krankenhaus. Was? Bring ich ihn ins Krankenhaus, damit ich ihn direkt vor der Krankenhaustür verprügeln kann? Und es hat auch was. Mann, hast du ein schönes Auto. Die Verrückten in der ganzen Stadt unterwegs oder was geht dann? Ja, hörst du was passiert mit Spider-Man? Ja, letztendlich. Was ist denn? Das ist gar nicht Spider-Man. Spider-Man! Hörst du uns, Webcrawler? Ich würde einen von New Yorks Besten. Niemals Willen. Ich bin einer von den guten Jungs. Dann warum gibt es Beispiele, dass du einen neuen schwarzen Suit weißt und mit den Gangs gearbeitet hast? Das bin ich nicht. Das ist eine Art Monster, das so aussieht wie ich und die Gangs mit schwarzem Schleim infiziert. Ich kann es dir beweisen. Oh ja? Wie machst du das? Ich mache ein paar Bilder von den Infizierten. Dann siehst du irgendetwas, die Kassi irgendetwas krank macht und sie nicht für mich arbeiten. So, dann müssen wir von den Infizierten Gangmitgliedern Fotos machen. Das ist zu einfach. Okay, wer ist nächstes für einen Spidey-Beatdown? Ich will ein Foto von denen machen während ich mit den Kämpfen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wunderbar. 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 Warst du es jetzt? Wunderbar. Wunderbar. Jetzt fahrst du es. Wunderbar. So, du musst auch rein mit dir. Spidey ist heute spendabel. Blaue Flecken für alle. Schießt noch ein Foto. Kriege ich ein paar Leute von Möbel oder wie soll ich die Fotos machen einfach? Genauso wie jetzt eben, ne? Super. Alle mit drauf. Das müsste doch gepasst haben. Das rummelt schon mittlerweile ganz leicht, das Spiel. Wie kommt das? Was ist da los? Dann werde ich dich einfach ein. Zack. So, hier haben wir jetzt auch noch ein Foto. Wie steht denn noch? Oh, ich verstehe. So, das sollte jetzt reichen. Genug Fotos gemacht. Gehen wir lieber wieder zurück hier. Na, Officer, ich hab hier ein paar Fotos für Sie. Hier sind die Fotos, die beweisen, dass die Gangmitglieder von irgendetwas infiziert sind. Lasst dir Zeit. Lasst dir Zeit. Oh, wow. Diese Leute sehen ziemlich schlecht. Was macht das heute? Ein Monster. Eines, das ich aufhalten werde. Spidey hat seine Unschuld bewiesen. Sehr schön. Wieder ein paar Gangster, die besiegt werden wollen. Ich soll gerade sagen, ein paar Gangster, die infiziert werden wollen, aber es sind infizierte Gangster, die besiegt werden wollen. So rum ist es. Die mit den Schwertern sind wirklich die Schlimmsten. Zwei Angreife nacheinander machen können. Damit bringen sie einen ganz schön aus dem Konzept, finde ich. Spiderman, komm schon bitte in die richtige Richtung. Lass die Leute da noch untersuchen hier. Hm. Wo bin ich denn dann eben rum? Das geht ab. Das steht schon wieder auf. Das ist schon gar nicht so schlecht jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Du hast ein großer Risiko, Spiderman. Das war's. Hey, nice outfit. It's like mine with a black metal spin. You'll have to introduce me to your tailor. We will not be stung. Wait, I only see a filthy criminal in a knockoff costume. This is getting pretty rough. Wait a moment. Crazy. That didn't work. Can I get in the levels? That hurts. That doesn't work. I have to learn the boss. So that's how it works. That's the type of damage. That's going to leave him. We have all your power. Finde Venom, before he... Finde Venom, before he... Was? Was tut Venom? Böse Sachen. Marv, mehr musst du nicht wissen. Finde Venom. Das ist die Aufgabe. Wieso ist es los? Wieso? Ich muss ja kurz schaden. Er hat extra den Slider gemacht. Ja. Ist gar nicht in welchem... Boah, ist das ätzend. Ätzend. Ob das was wird, ey, bin ich mir grad nicht ganz so sicher. Wo ist der denn? Oben? Super, dann komme ich jetzt natürlich wieder nicht hoch wegen der tollen Schwingmechanik. Guck mal, jetzt bin ich direkt da. Wo ist aber wenn denn? Da steht er ja. Also die Kameraführung ist natürlich ätzend. Ich muss in halb von einer Sekunde reagieren auf dieses Quicktime Event, ey. Ach, läck mich doch, was ist denn das für ein Scheißkampf? Oh, der teleportiert sich von jetzt auf gleich tausend Meter in eine andere Richtung? Kann nicht mal Venom direkt am höchsten Gebäude vorbeihängen. Ich muss in halb von einer Sekunde wieder auf dunklen. Ich muss die Seite an, aber dann senken die Зäge. Sehr gut. Dann gehen Sie zum ersten Mal wieder. So, ich weiß nicht. Ich muss in halb von einer Sekunde. Ich bin das einfach nicht mehr. Wenn ich noch nütze, kann ich gar nicht mehr. Und dann geht es nach vorne. Wenn ich in derustomakee. Ich bin der Hauptfassungsgerichter. Wahrscheinlich ist die Mission dann abgebrochen, weil ich keinen gerettet habe, wenn er alle infiziert hat. Hey, who are these other guys? I thought you and I were really bonding. They will help us, introduce you to your doom. Okay, I see how it is. Well fine, but this means I'm removing you from my friends list. Just stay down and I'll stop hunting. Venom kommt jetzt von der Freundesliste wieder runter. Das kann ja nicht wahr sein, ey, dass er uns hier nur mit seinen Freunden zusammenbringen will. Schnell eine Heilung eingefroren. Oha. Spiderman, help me. Brock, what have they done to you? You will join us or die. There's too much at stake for me to take a break now. Das mit der Kamera, das hasse ich echt. Der erwischt mich jedes Mal, jedes Mal. Was will ich denn? Die Kamera wechseln. Und dann ganz merkwürdig. Boah, das war gut jetzt. Das war nochmal gut. Hey, that hurt. Ouch. You will join us. Das glaube ich nicht, ey. Ist das Äpfel mit der Kamera? Ich sehe den Gegner gar nicht, ey. Aber wenn ich dran bin, dann hält er nichts aus, ne? Das wäre nämlich gleich K.O. Das haben wir ihn schon erledigt. So ein Krampf, ey. Das ist das. Hey, Eddie. What happened to you? Es war Asgore. Ich habe das Zeugnis, dass sie die Behandlung geben, die die Mengen. Sie mich befestigt, bevor ich die Unterricht, mich nach einem Labor. Sie sagten, wenn ich so interessiert in ihren Erfahrungen, ich könnte einen werden. Dann... Hey! Wer hätte damit rechnen können? Ein neuer Zweig aus Richard Parkers Forschung. Ja, und damit haben wir aber auch Episode 5 abgeschlossen. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Amazing Spider-Man 2 mit Marv. Bis dahin, Servus.